Hallo Skorpion, herzlich willkommen zu Alena Tarot. Mein Name ist Alena, Skorpion. Heute wollen wir mal schauen, was ist die Botschaft vom Tarot für dich. Egal wann du dieses Video hörst, okay, meine Botschaften gehen auch über bestimmte Daten hinaus. Jede Nachricht, jede Ansage, jede Resonanz hält so lange, wie bis das du in diesem Flow bist, diese Dinge, naja, im Einklang zu bringen sozusagen, okay. Auch die ältere Generation fühlt euch alle hier willkommen. Skorpion, es kommt eine gewisse Leichtigkeit, Freiheit. Skorpion darf endlich einen Ballast loslassen, egal welcher Ballast deiner sein mag. Liebe, Finanzen, Beruf, Selbsterkenntnis, Spiritualität. Bei Skorpion kommen wir in eine Frequenz, wo Momente des Wohlfühlambientes angesagt sind, Momente des Genusses, wo jeder Augenblick eine Evolution dasteht, wo eine Freiheit einen besonderen Wert bekommt, wo Herausforderungen anders angegangen werden. Der Skorpion kommt aus einer Transformation heraus, hat Durchseitungsfähigkeit gezeigt, hat Ausdauer gezeigt, hat auch Dinge an sich verändert. Der Gleichgewichtsflow kommt, die Gerechtigkeit kommt, der Skorpion findet sich, Skorpion hat losgelassen, Skorpion kommt ins Loslassen. Skorpion, die Karten möchten dir sagen, genieße das Leben mit ein bisschen Spaß mehr, mit ein bisschen irre zu sein, nicht so strukturiert zu sein, von deiner Spiritualität, von deiner Weisheit, von deiner wirklichen Power-Energie Gebrauch zu machen. Reise, verändere dich, löse dich, wachse weiter, genieße, weil deine Ängste, diese Unsicherheiten, alle Themen, die bei dir bewusst und unbewusst der Natur am Start sind, werden sich auflösen können, wenn du bereit bist zu erkennen, ja, da habe ich ein bisschen Bock missgebaut, okay, da bin ich noch nicht ganz in meinem Flow, ja, hier habe ich noch eine kleine Barriere, aber ich bin in einer Kommunikation mit mir selber und gehe wirklich jede Herausforderung an, damit alles in deinem Sein sich so geben kann, wie du es möchtest, wie du es brauchst, wie du es verdienst, heißt es einfach nur, Gleichgewicht nicht aufgeben, frischen Wind in dein Leben bringen, die Situation wird sich verbessern, wird sich ändern und du kommst in eine absolute Befreiungsenergie. Skorpion, von mir, alles lieb. Liken, teilen, abonnieren, alles von mir, herzlich willkommen, herzlichen Dank, private Legung, zielorientierte Therapie, im Januar schreib mich an, 13 Termine habe ich nur noch im Januar, weil meine Termine schnell vergriffen sind, also sichere dir einen Termin oder mache jemandem eine Freude mit einem Gutschein. Dir alles Liebe und denk dran, die Leichtigkeit kommt und Skorpion wird einen Wandlungsprozess leben, der sich gewaschen hat und der das Schönste schon sein wird, was dir im Hier und im Jetzt passieren kann. Weiter nach vorne, Skorpion. Alles Liebe, bis dahin. Bye.